So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Ich setze mal wieder die Newsbrille auf. Es gibt nämlich News. Denkt dran, die Newsbrille hat nur ein Bügel, weil es sind noch nicht so viele News da. Sonst hättet ihr zwei Bügel. Und zwar geht es nämlich um das GoFest 2022. Natürlich kurz bevor ich den Glurak-Stream gemacht habe, sind dann News rausgekommen. Jetzt komme ich erst jetzt theoretisch dann dazu, mal mir das anzugucken. Es hat jetzt schon jeder gefühlt ein Video darüber gemacht. Ich weiß, okay, Rams ist, du bist der Letzte. Erst ist man das Letzte, dann ist man der Letzte. Und jetzt sehe ich, da sind ja nur Daten da. Du hast ja nicht mal was, worüber du reden kannst. Du sitzt jetzt hier und hast diesen Beitrag und das war es schon. Das ist genial. Da lässt sich der Rams ist natürlich nicht die Butter vom Brot nehmen und macht auch ein ausführliches Video über das GoFest 2022. Die ganze Zeit ging es nämlich schon hin und her. Was wird passieren? Würde es ein GoFest geben dieses Jahr? Ja, nein, eigentlich steht fest, dass es ein GoFest jedes Jahr geben muss. Es müsste Tradition sein, auch dass jedes Jahr mindestens eins in Deutschland stattfindet. Durch Corona war es so, dass es ja nicht mehr unbedingt an einem Ort stattfand, sondern dann weltweit verfügbar war. Ich habe mir immer gewünscht, dass es irgendwie zur Normalität zurückkehren kann und man GoFeste wieder auf einen Ort beschränkt. Das muss nicht Dortmund sein, das kann auch was anderes sein, wie jetzt zum Beispiel Berlin, wo sie sicherlich viele drüber freuen. Aber irgendwie haben sie jetzt dieses Jahr einen Mischmasch aus eben beiden, aus weltweit und auch vor Ort. Und diese Kombination gab es noch nie. Und deswegen weiß ich nicht, was das ist und was das sein soll und ob das dann wirklich ein vollwertiges GoFest ist. Denn wenn ich doch wirklich vorher im Juni schon mit mir ein Ticket kaufen muss, dass ich das spielen kann und die Spezialforschung kriege und die neuen Shinies und die erhöhte Shiny-Radio und alles andere und dort doch einfach spielen kann bei mir, warum soll ich einen Monat später dann mir wieder ein Ticket kaufen, was teurer ist und tausend Kilometer fahren in eine fremde Stadt und mir noch ein Hotel suchen, noch so viel Geld ausgeben, wenn ich dann dort stehe und habe diese selbe Forschung wieder und dieselben Pokémon wieder und dieselben Shinies wieder und es eigentlich keinen Unterschied gibt. Da müsste man ja eigentlich die Weltweite auslassen und sagen, was weltweit mache ich nicht mit, nicht mit mir. Ich warte auf in Berlin und da gehe ich dann hin am Bär ziehen. Das wäre auf jeden Fall richtig genial. Die meisten werden natürlich jetzt einfach weltweit spielen und werden sagen, scheiß auf Berlin, ich bleibe bei mir. Ich brauche keinen Berlin, ich brauche keinen Hawaii von Icke und er, aber das kennt ihr auch nicht. Ist auf jeden Fall ein bisschen verworren. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Es gibt auch noch keine Infos darüber. Wir wissen also noch nicht, was die Unterschiede sind. Man wird aber, denke ich mal, für beides ein Ticket brauchen und vom Logischen her müsste ja dann das Ticket weltweit günstiger sein als das Ticket vor Ort, weil du halt einfach nur da sitzt und dann ein paar Spons hast und die haben da jetzt keinen nötigen Aufwand, um irgendwas aufzubauen oder irgendwas zu machen. Während du, wenn du vor Ort gehst, erwartest du ja einen Riesenpark mit vielen Spielern, mit Team-Longes, mit Giveaways, mit Fressbuden, mit Pikachu im Kostüm, was da rumrennt und du Fotos mit dem machen kannst, mit Striptänzern aus einer Torte, mit allem, was das Herz begehrt, auf jeden Fall. Vor allem die Stripper und wir können einfach mal vorlesen, was hier steht. Und zwar, Trainer, es ist endlich soweit. Der Termin für das diesjährige Pokémon-Go-Fest steht fest. Das Pokémon-Go-Stehfest. Jetzt neu. Das zweitägige Weltweide-Event findet am Samstag, den 4. Juni und am Sonntag, den 5. Juni statt. Am Samstag, den 27. August, veranstalten wir zudem ein Abschluss-Event. 4. Juni, 5. Juni, also 4. und 5. Juni, 6. weltweit. Wir hatten ja die ganze Zeit den Plan gefasst, wenn es weltweit wird, ich werde nicht wieder hier in Nildburghausen sitzen. Und ich würde dann schon sehen, dass man vielleicht mal in eine Stadt fährt und zusammen das mit jemandem spielt. Thomas hat das die ganze Zeit schon angeboten, dass wir vielleicht nach Gera kommen. Gera ist ja gleich um die Ecke bei uns. FC Meri hat immer mal wieder gefragt und gesagt, Gera, Gera, wäre ich auch am Start, würde ich kommen. Und Andrejka habe ich gehört. Ne, Andrea. Andrejka. Ist wieder was an, ist dasselbe. Das andere ist André Speck. Andrejka. Ein paar Leute haben sich auf jeden Fall gemeldet und gesagt, jo, da würden wir vielleicht auch kommen. Also vielleicht können wir ja was Inoffizielles, ein inoffizielles Meeting veranstalten, so in dieser Community. Nur, dass Thomas uns halt seine Stadt zeigt und wir da hinkommen, wer da Bock hat. Geht alle nach Gera. Jeder, der das Video sieht, geht nach Gera. Und wir dort einfach zusammen spielen. Mann, Thomas mal kennenlernt. Mann, Thomas in seinem Rollstuhl durch Gera fährt. Also, ihr könnt euch da auch abwechseln. Jeder darf ihn mal anfassen und streicheln. Und muss ich Pupsi mal fragen, was, wie, wo und hin und her. Ich hätte natürlich gern bei ihm auf dem Balkon übernachtet, aber sie möchte bestimmt dann wieder trotzdem Hotel. Gera GoFace dieses Jahr, weil es weltweit ist. Aber dann danach am 1. Juli bis 3. Juli vor Ort in Berlin GoFest. Was war da denn los? Das verstehe ich nicht. Also, das war noch längst nicht alles. In den folgenden Städten findet das Pokémon GoFest zusätzlich auch als Live-Event statt. Freitag 1. Juli bis 3. Juli Berlin. Freitag 22. Juli bis Sonntag 24. Juli Seattle, Washington. Saddle. Und Freitag 5. August bis Sonntag 7. August. Sapporo Japan. Es ist nun fast 3 Jahre her, dass die Live-Events zum Pokémon GoFest 19 in Dortmund, Chicago und Yokohama stattgefunden haben. Wir freuen uns unheimlich darüber, dass wir nun zu den Wurzeln dieses jährlichen Events zurückkehren und parallel das weltweite Event veranstalten können, das Millionen von Trainern begeistert hat. Ob ihr am weltweiten Event oder vor Ort teilnehmt, wir können das Event Sommer den, das, den mit euch kaum erwarten. Let's go, let's go, let's go, wie Pablo. Ich glaube, ich hätte es einfach sogar besser gefunden, wenn du erst dieses GoFest vor Ort hast, halt in Berlin, Stadt Dortmund. Und dann gehen alle da hin und diejenigen, die es nicht schaffen, da hinzugehen, weil sie keine Zeit haben oder weil sie kein Ticket kriegen. Weil wenn das in einem Park ist, das muss ja dann wieder beschränkt sein. Das muss beschränkt sein auf eine gewisse Anzahl. Sagen wir mal 100.000 Tickets stehen zur Verfügung, werden verteilt an die zwei Tage. 50.000 am ersten, 50.000 am zweiten. Wer ein Ticket hat, hat eins. Wer nicht, der kann gar nicht mitspielen dort. Der kann da nicht hin. Und dass die, die kein Ticket hatten, um am GoFest in Berlin teilzunehmen, dann einen Monat später die Möglichkeit haben, sich ein kleines Ersatzticket zu kaufen, was in unbegrenzter Zahl da ist, um weltweit dann das zu spielen, um trotzdem auch die Spawns zu haben, die Forschungen zu haben, aber eben auf diese tolle Kulisse und die Aufbauten und diesen ganzen Schnickschnack mit Spielern aus aller Welt zu verzichten, aber spielen können. Das wäre für mich so rum doch einfach viel, viel logischer gewesen. Als ob jetzt wirklich jemand, na gut, die Hardcore-Spieler machen das eh, die Hardcore-Spieler sagen, ich nehme alles mit und dann fahre ich da hin. Da brauche ich ja dann nicht mehr spielen. Ich habe ja schon alles vom Weltweiden. Und gehe dann nur noch dorthin, um dort alles zu essen, was im Park rumsteht. Also das wäre wahrscheinlich meine Mission. Ist mir noch nicht ganz so, ne? Aber GoFest jetzt in Gera im Juni, am 4. Juni, am 5. Juni Gera. Wäre auf jeden Fall in greifbarer Nähe. Schaue ich mal, dass das passt, dass wir das irgendwie machen können. Und mich würde trotzdem auch das in Berlin interessieren, wenn das wirklich ein vollwertiges GoFest ist, mit Aufbauten und allem drum und dran. Ich habe halt nur Bedenken bei anderen Sachen, wo sie gesagt haben, da ist weltweit, findet was statt und da kann jeder einfach bei sich zu Hause spielen. Aber in bestimmten Städten gibt es Live-Events. Und bei diesen Live-Events dann war im Prinzip nichts anders, außer dass ein paar Fotopunkte aufgebaut waren, wo du hin bist und hast dich mit einem Pappaufsteller fotografieren lassen. Das fände ich wiederum zum Beispiel dann whack. Extra für einen Pappaufsteller von Professor Willow nach Berlin zu fahren. Also, weiß nicht. Würde mich nicht so vom Sockel hauen. Ansonsten könnt ihr mal sagen, ob ihr Bock habt, würdet ihr nach Berlin fahren für das GoFest? Oder sagt ihr, das reicht euch weltweit den Monat vorher? Und wo würdet ihr dann spielen? Spielt ihr bei euch? Würdet ihr gerne irgendwo spielen in einer größeren Stadt? Würdet ihr vielleicht in Gera spielen? Und würdet nach Gera kommen? Vielleicht kann man ja trotzdem in der Community irgendwie ein bisschen was ausmachen, dass halt vielleicht doch ein paar Leute mal nach Gera kommen. Und wir nach Gera kommen, ich nach Gera kommen, Thomas, den Gera rumrollt mit seinem Stuhl und wir dann dort wie so ein kleines Fantreffen auch veranstalten können, weil wir alle Fans von Thomas sind. Also wir treffen uns ja bei ihm in seiner Stadt, also da geht es ja nicht um mich. Ansonsten, was man noch jetzt hier mir dazu sagen könnte, wären Überlegungen von dem mysteriösen Pokémon. Im Logo des Events klarzuerkennen sind rosafarbene Blütenblätter. Diese Blütenblätter gehören zum mysteriösen Pokémon Shaman. Shaman. Einem Pokémon der vierten Generation. Die Blüte ist in den Spielen der Hauptreihe auch als Item Garcida erhältlich. Mithilfe dieses Items kann Shaman seine Form wechseln zu seiner Zenith-Form. Ob Shaman in Pokémon GO jedoch die Form wechseln kann, wie es bei Hoppa der Fall ist, oder ob beide Formen als separates Pokémon veröffentlicht werden, wird es bei Giratina der Fall. Wie es bei Giratina der Fall war, ist noch nicht gewiss. Ja, es gibt ja jedes Jahr, bisher gab es immer eine Spezialforschung, wo immer wieder ein neues, mysteriöses Pokémon veröffentlicht wurde. Äh, zuletzt Meloetta beim letzten Go-Face, dann Victini gab es da mal, dann gab es mal Selle, B, Mew, alles mögliche, dass da Shaman jetzt mal rauskommt. Das kann natürlich gut möglich sein. Was mich natürlich, ähm, was ich, jetzt stelle ich mal was auf, Leute, stelle ich mal was auf, und zwar, was ist denn mit Mega-Raids? Was ist denn mit legendären Mega-Raids? Die müssen ja auch irgendwann mal kommen. Es hat immer wieder jemand gesagt, Ramses, was denkst du denn, wann Mega-Mewtwo kommt in die Mega-Raids, als legendärer Mega-Raid? Äh, und ich hab immer gesagt, ich weiß nicht wann, ich kann mir gut vorstellen, dass sowas mal zu einem Go-Fest eingeführt wird, als Raid-Boss. Denn Shaman ist ja dann was, was ihr einmalig aus der Spezialforschung kriegt. Ein Mega-Mewtwo wäre aber was, was ihr raidet und zu den Go-Festen gibt's ja. Ja, gut. Ist kompliziert, ist kompliziert. Normalerweise, Go-Fest war nie mit Raids. Go-Fest war immer so, ihr habt den Tag gehabt, habt da gezockt, in Dortmund im Westfalenpark, da gab, alle Arenen waren deaktiviert. Da konntest du nicht raiden, gar nichts konntest du. Und erst dadurch, dass man beim Go-Fest bestimmte Aufgaben erfüllt hat, und bestimmte Sachen gemacht hat, gab's danach die Belohnungen zum Go-Fest, wo es dann diese Hyper-Bonus-Belohnungen gab, und das erste Mal Raids stattfanden, und dann Ark-Dos und Sub-Dos und Lava-Dos und sonst was. Also, es ist kompliziert. Man hat keine Ahnung jetzt. Es gibt noch keine News. Es gab dann aber die Zeiten, wo sie das Go-Fest gespaltet haben, dass ein Tag so zum Fangen war, und ein Tag dann zum Raiden war auch, wo man sich darauf konzentriert hat. Oder es gab einen Tag zum Fangen und einen Tag zum Kryptos-Verprügeln. Vielleicht bringt dich auch gerade alles durcheinander. Aber wird es beim Go-Fest Raids geben? Ich glaube, als es weltweit war, gab es 2020, gerade auch Groudon und Raikwasa und Kyoko in Raids zum Go-Fest, wo man rumlaufen konnte weltweit, und ich mein 100er Groudon bekommen hab. Wäre es also an der Zeit vielleicht, ich hab gerade hier so Piri-Piri-Cabanossi gegessen, die kommen die ganze Zeit hoch. Wäre es an der Zeit, vielleicht doch jetzt mal einen legendären Mega-Raid zu bringen. Wäre es an der Zeit, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, was ganz Großes auf die Beine zu stellen. Gerade auch, weil es jetzt dann wieder möglich ist, auch vor Ort Termine zu machen und Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Wäre es schlau, das in den Titel zu schreiben, dass dich alle hassen Ramses, ja, aber seitdem es Bisa-Fan-TV auch nicht mehr gibt, müssen wir jetzt die Arbeit machen. Man kann das doch mal in Frage stellen, ist doch nix. Ich sag doch nicht, ist doch so. Ich frage euch, denkt ihr, dass das eine Option wäre? Da ist es in Blüten. Heißt doch nicht, dass angekündigt ist, dass Shaman kommt. Heißt aber, Shaman zum Go-Fest? Fragezeichen. Könnte sein, könnte nix sein. Man kann spekulieren, der Spekulations-Spekulatius vom Schilling oder der Ramses Beef Burger sind da ganz oben angesiedelt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Mega-Mewtwo zum Go-Fest kommen könnte und der erste legendäre Raid-Boss ist, der je als legendärer Mega-Raid eingeführt wird. Was sagt ihr dazu? Was sind eure Ziele? Worauf freut ihr euch? Werdet ihr nach Berlin fahren? Werdet ihr nach Gera fahren? Werdet ihr euch beide Tickets holen, wenn es für beide Tickets dann gibt? Werdet ihr euch auf eins konzentrieren? Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin. Peace out, Vorhaut und euer Ramses.